hallo und herzlich willkommen zurück zu lord of vampirium und hallöchen auch du karo ja meine bessere hälfte hat mir meine aufnahme gerettet dafür tausend dank ja was habe ich als letzt gemacht dolore scheite gehackt und jetzt haben wir hier dolore pflöcke draus gemacht und aus diesen pflöcken dann diese munition für die neue armbrust eine citril wurfarme haben wir gemacht und hier dollar armbrust griff die benutzen wir zusammen dann haben wir schon das grundgerüst und dann bespannen wir das ganze noch mit der bogensehne ganz normalen und bisschen schrauben und fertig ist am arsch die pflöcke schuss armbrust hoffen dass diese uns gute dienste leistet schöne wand schauen wir uns die waffe mal an das ist unheimlich die waffe schwebt von ganz allein liegt natürlich nur neben schwebende effekte in die liebe karo drin hat aber naja packen wir sie schnell wieder weg bevor noch eine angst kriegt und dann begeben wir uns mal ins aburetum wir warten alle schon gespannt denn wir haben ja auch die haustrakan verkleidung besorgt gut gemacht leutnant hier ist ihre verkleidung verlieren sie bloß nicht sonst muss ich ihnen ein ersatzkostüm verrechnen wenn sie fertig sind mit allen zu reden werde ich diese uniformen austeilen damit wir diese farce endlich hinter uns bringen können ja ja da sind wir bereit ok merengue dank dieses baum sind wir gut für die vampire gerüstet und leutnant karroscha hat uns ein paar vampire verkleidungen besorgt ich werde sie vorausschicken um den weg zum schlosstor auszukundschaften und vaneskola darüber zu informieren dass wir bereit sind ich will dass ihr euch in zweiergruppen aufteilt passt aufeinander auf dann kann auch nichts schiefgehen wir werden von vampiren umgeben sein also passt auf dass ihr mir nicht den kopf verliert verhaltet euch so wie vampire sa helsing hier das ist doch ihr vampire namen oder mit dem ersten anzeichen dass vaneskola uns an der nase herumführt benutzt ihr sofort euren flucht teleport und verschwindet von hier aber wenn sie sich als aufrichtig herausstellt bedeutet das dass wir gegen den schlimmsten und gefährlichsten vampire antreten werden kennt ihr euer ziel lord loverniel vergidiat drakan er hat viele namen die geißel der sanguistini der prinz des blutes der lord of vampirium ihr wisst was ihr normalerweise davon halte wenn sich leute mit hochtrabenden titeln schmücken aber mit diesem vampire ist nicht zu spaßen er wird uns alle töten wenn er die chance dazu bekommt also werden wir ihm diese chance nicht geben und vergesst unsere signale nicht leutnant karusha ist unsere erfahrenste vampir töterin also werden wir ihrem urteil vertrauen wenn sie glauben dass wir den rückzug antreten sollten sagen sie einfach hängt die sichel an den haken damit wir uns zurückziehen und hier wieder sammeln doch wenn sie glauben dass wir ihn besiegen können geben sie uns mit bringt die ernte ein das signal zum angriff wir werden keine gnade zeigen verstanden merengue das hat sich aber nicht so angehört wie ein widerstandstrupp der kurz davor steht ihre größte bedrohung auszuschalten ich sagte verstanden merengue dann sind sie dran kaoscha informieren sie wann erst cooler darüber dass wir bereit sind wir folgen ihnen dann okay dann ziehen uns erst mal schick um tolle veränderung aber die armbust muss noch weg damit wir keine aufmerksamkeit erregen und dann begeben wir uns mal nach vorne das lassen wir so naja flattermänner ich würde sagen erst mal ab in die bank die sachen weg legen so also die tag meyer sachen können wir jetzt erst mal hier lassen die armbust nehmen wir mit dann sind wir auch schon bereit so dann gucken wir mal nach der man ist cooler die anderen sind unterwegs wir sind bereit das wage ich zu bezweifeln aber wir sollten trotzdem fortfahren öffnet das tor wer ist da jemand der will dass ihr das tor öffnet aber ihr gefolge m herrin vaneskula wer ist bei ihnen wächter wie kannst du es wagen deine herrin und direkte übergeordnete so hinter zu fragen öffne sofort das tor bevor ich dich für deine unverfrorenheit in ein adalas gerät stopfe und deine flügel abschneiden lasse oder vielleicht hättest du lieber einen geringeren rang äh ja 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 natürlich sofort entschuldigen sie mich zutiefst herrin öffnet das tor öffnet es ich habe späer voraus geschickt um sicher zu gehen dass unsere ankunft unbemerkt bleibt gut ich fliege safalan hoch mornet du nimmst dir karusha die vampirgardisten können sich um den rest der merengue kümmern fliegen fliegen keiner hat hier etwas von fliegen gesagt alle außer die niedrigsten vampire können fliegen die versammlung wird auf dem dach stattfinden nichts zu fliegen würde misstrauen erwecken jetzt sag nicht du hast höhenangst veljev oh das macht ihnen wohl richtig viel spaß was ich bin bereit bringen sie mich nach oben misch dich unter die anderen errege keinen verdacht tu nichts was dich verraten könnte auf den straßen von darkmaier magst du dir zwar einen ruf gemacht haben doch die vampirgeboren werden sich nicht so leicht von dir beeindrucken lassen pass also gut auf was du zu ihnen sagst dein vorheriger ruf in darkmaier ist in diesen luftigen höhen nichts wert versuche deinen status bei den vampirgeborenen dein adligen zu verbessern schauen wir uns mal um dem können wir denn hier irgendwas gutes tun so sieht schon sehr blutig aus hier oben lady naceka shadoon shadoon so na hören wir mal was sie zu sagen törichte hunde ich weiß wirklich nicht warum wir uns immer noch mit ihnen abgeben wir hätten sie vor jahren allein schläfern sollen wenn ich fragen darf wovon sprechen sie da oh einer der werwölfe in meinem rodel ich habe ihn über die salve geschickt um mir exotisches blut zu bringen aber er ist mit leeren händen zurückgekehrt und hat gesagt dass er es nicht über die salve geschafft hat ich habe allerdings gerüchte gehört dass werwölfe sie überquert haben warum also nicht auch er vielleicht beziehen sich die gerüchte auf ganz besondere werwölfe oder es sind einfach nur gerüchte nichts als ausreden wenn er es nicht schaffen konnte dann hätte er es weiter probieren sollen bis er es entweder geschafft hätte oder beim versuche sterben wäre und jetzt muss ich ein exempel an ihm statuieren als aufsteigen steigender stern der vampir gesellschaft was würden sie mir raten was würden sie mir raten ähm hanschel kastri eine nette kleine demütigung ich mache witze darüber dass er ein hund ist aber wenn er seine herren derartig enttäuscht hat dann werde ich ihn auch wie einen behandeln und was mache ich denn da am besten ich könnte sein fell abrasieren oh ich könnte ihm eine halskrause anlegen ja mit silbernen spitzen du bist 20 punkte im stand gestiegen das war sehr gut und die haben wir sauber doch eine halskrause an wie lange denn noch da ist eine fledermaus die können wir verscheuchen das gibt uns auch punkte sehr schön äh da haben wir den lord alexei jovakei sie sehen so köstlich aus wen von ihnen soll ich probieren was meinen sie das kind auf keinen fall alter mann das paar der junge sieht zu tode verängstigt aus aber das mädchen scheint ihn beschützen zu wollen ein süß saure mischung das ist wohl eine halb gute idee nach hätten wir vielleicht doch besser den alten mann genommen ja nur 15 punkte aber naja wir kriegen die punkte schon zusammen wen haben wir denn hier noch vampir lady fledermaus die muss weg naja jetzt sind wir schon fast auf der hälfte und da ist noch so ein flatterfie da war auch einer das sind die merengue und da lord micha mürmel ich kann mich einfach nicht entscheiden welche strafe hier angebracht ist sie sind vampir reißer hell sind nicht wahr sie haben einen gewissen ruf wenn es um diese dinge geht welche dinge meine persönliche blutzolz spenderin ein schmächtiges kleines ding als ich mir meinen morgelischen snack holen wollte hat sie es doch gar gewagt bewusstlos zu sein was denken sie darüber wie ich sie für diese unverfrorenheit bestrafen sollte ich kann wohl auf die eine oder andere mahlzeit verzichten aber ich werde sicherstellen dass sie mir in zukunft derart die unannehmlichkeiten erspart du hast jetzt genug spaß gehabt du hast jetzt genug spaß gehabt komm lass uns reden ok dann schweben wir mal zur wanne ist cooler und ich für meinen teil bedanke mich noch tausendmal an meine liebe karo dass sie mir das so schön aufgenommen hat und verabschiede mich bis zum nächsten teil ciao ciao die seele die 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 Untertitelung des ZDF, 2020